heyo leute herzlich willkommen zu lucky get down ihr habt euch mal bei mir in der abstimmung habt das euch gewünscht und ich habe die drei chaoten eingeladen mitzumachen sie sind meine gäste und abonniert balui für die 100.000 abonniert earlyboy für die 400.000 die müssen das unbedingt erreichen und max könnte nur wenn ihr wollt vorbeigucken der ist noch nicht so weit das war spaß also noch mal an alle abonnenten von den drei hier abonniert auf mich bitte weil ich bin abo geil und like dieses video damit ich 10.000 likes ab dankeschön wir fangen an ohne und ich mag es in drei minuten timer ne stimmt ja 10 minuten timer machst du das early 2 2 1 go so 0 wer war das oh nein das ist mal in fatigue hier leckte mich drauf oh ich hab ne geile was ist da los was von mir passt wenn alle da lang gehen das ist ja mein spawnpoint weg kacke warte 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 ja ja alles gut das ist gut das ist gut das macht hier alles kaputt leute was war denn das was war denn da gemacht ihr blöd ist war irgendein teleport hat uns alle nach unten gebraucht Ja, und ich hab gebrandt und bin gestorben, geil! Ja, nice! Nein, überhaupt nix nice da dran! Das ist bitter, Balooey! Ja, nicht nur das! Das ist traurig, oh fuck! Oh man, das tut mir jetzt auch mega leid für dich, Balooey! Ja, 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 du mich auch! Oh man! Alter! Oh fuck, auf, Alter! Wir sind unten! Alter, Max! Ja! Der hat den Galaxy Bow! Oh, wow! Wow! Zweimal hintereinander den Galaxy Boot! Nein! Ohne Witz, Max ist mega OP! Tötet mal jemand Max, bitte! Ja, genau, Max! Mann! Könnte mal einer bitte die Witter hier wegmachen? Äh, die Dings? Ja, leck zwei Balooey! Ja, ah! Na gut! Kann ich ja nicht ahnen! Menschenskinder! Los! Ich lass dich in Ruhe, Balooey! Hey! Weißt du? Ich greif dich extra nicht an! Es tut mir leid, das hab ich zu spät gehört! Mann! Kommt nicht wieder vor! Ich lass dich in Ruhe, Balooey! Ohne! Ohne! Ich wollte jetzt nicht runter, das war zu früh! Aber das geht so nicht! Ah! Ah! What the fuck! Boom! Ohne, gut! Ich hab's überlebt! Das hat perfekt gepasst! Das ist die perfekte Welle! Das ist der perfekte Absturz! Scheiße, Mann! Ne, 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 ne! Kann ich mal in irgendeine Richtung gehen, wo noch Blöcke sind? Nein, Max, du Arschgeige! Max, gönn einem gar nix! Dann müssen wir halt die ganze komplette untere Dinge zergönnen! Ne! Halt ihn auf! Wir müssen uns gegen ihn verschwören! Verschwörung? Riech ich da ne Verschwörung? Aua! Deswegen Max, natürlich! Also, ich riech nur was... Mann, das klingt doch gar nicht hier! Leute, ich hab die Idee! Ich hab die Möglichkeit! Das ist es mir jetzt wert! Finde ich zwar... Später... Ne, ich spars mir auch! Ne, komm! Was krieg ich dafür? Ja, was ist das? Wenn ich Max raushau... Wie, was kriegst du dafür? Dann hast du die 400.000 Abonnenten! Balu, ich hab ne Mönchke an Max zu töten! Ah, ich krieg gar keinen Fallschaden mehr! Okay, danke, dass du mir das gezeigt hast! Bitte, ich helfe dir immer gerne! Weißt du, das war doch nur aus Liebe! Ich hab ja auch noch ein paar Blümchen, wenn du möchtest! Ich hab halt unendlich Jambus! Ah! Ich vollidiot! Na gut! Das erkennst du gut! Ich hatte... Ich hatte... Ah, fuck! Ich hatte nen Schwert, welches instant tötet, aber nur 1 Durability hat! Was hab ich gemacht? Ich hab mit dem Schwert nen Block aufgemacht! Das passt sowas von zu dir! Aber ich bin der Unfähge gewesen! Mann, man muss doch diesen Runterfall-Kack-Drecks überleben irgendwie! Ähm, warte mal! Oh! Gibt mir einen halben Punkt mehr! Ich bräuchte noch Schuhe! Ey! Wir sterben, Mann! Ja, als ob wir ne Chance gegen mich hätten, Mann! Was hat der? Nur den Boden! Immer noch den Drecksbogen, wo man nicht gegen anklauft! Ich hab was, um ihn zu zerstören! Ja, das ist schön! Der Boden oder Max? Ach so! Oh! Max zerstört, hoffe ich! Ja, ich hab was! Ich komm halt einfach nicht runter, Mann! Ich rotz mir hier immer ein! Was?! Ich wurde nach oben geportet! Hä?! Ich bin... Ich wurde auf nen einzelnen! Get a key chestplate! Nice! Ich wurde auf nen einzelnen Block nach oben geportet! Ich hab auf jeden Fall was, wo Max auf jeden Fall one-hitted! Egal, äh... In was! Und ich... Ja, das ist schön! Von Anfang! Könnt' ich jetzt noch die... Oh mein Gott! Könnt' ich jetzt noch die Hose bekommen? Was hab ich denn für'n Effekt? Ah, okay! Bin ich full! Wer hat... Wer hat diesen Effekt gemacht? Wer hat denn jetzt diese Kacke wieder gemacht? Wann sind die 10 Minuten vorbei, Earthball? Wir haben noch... Womit? Wie Minuten haben wir? Ich bräuchte Holz, dann könnte ich mit dem Blood Dimons was machen. Ah! Was Blood Dimons? Ja, ich hab halt einfach nix! Ich bin mal los! Du musst mal in den Kisten gucken, da ist immer Holz drin! Ja, ja, mach ich doch grad! Ich hätte mir halt fucking Illuminati Staff machen können, aber das Problem ist, ich hab meine Illuminati Sachen bereits auf. Alter, die zweite Chespace... Könnt' jetzt schon zweimal fliegen? Könntest du mal bitte die Klappe halten? Das interessiert überhaupt gar niemanden, weißt du? Genau, Max! Halt die Schnauze jetzt! Ah, das ist ja gut! Ich könnte schon geil sein, aber ich bin's irgendwie nicht! Also ich hab was, womit ich ihn auf jeden Fall down krieg. Ja du, dann machst du uns down! Oh, ich hab noch mal ne Kiste mit Holz! Weiß nicht, ob ich das viel besser finde, wenn Basti gewinnt, ehrlich gesagt. Hey! Verloh ich da nicht! Ja doch, ist besser, als wenn Max gewinnt, aber trotzdem. Das Dumme ist einfach, ich kann nicht hüpfen! Ich hab Magie gekriegt! Ist Magie nicht geil? Magie ist geil! Nee! Was ist das? Ich hab Magie gekriegt, das heißt Magie! Oh! Hast du, was sollte das? Magie? Magie! Also nicht hier das für Suppe, sondern Magie! Eure ganzen Viecher! Warum krieg ich hier immer noch Monster, die mich angreifen? Und warum fahr ich überall durch? Oh, warte! Ich könnt's! Ich schaff's! Ich schaff's! Da unten ist kein Wasser mehr! Ich möchte singen und dabei singen, die Wörteren und die Guteren! Aua! Tacke! Nein! Bitte nicht! Ich dachte, der hätte... Okay, meine Magie hat sich gerade verabschiedet. Ich bin dann... Und... Ah! Oh, nee! Alter! Damit krieg ich ihn auch nicht. Du hältst aber viel aus! Ja, ich halte alles aus! Ich möchte springen und dabei von der... Uns und von der Lala singen. Ich möchte springen! Lalalalalala! Sie singen! Mein Motto, wo keiner wohnt, ich möchte singen! Nein, meine Chance, mit Max. Da Max macht's! Alle nass! Weil-od und die gute Welt kommt. Und die gute Welt kommt aber auch nicht kindly. Amann ist einfach unfair, Alter! dankeschön spiel danke dass du mich gar nicht hast oder so ne schon okay immer monster zu kriegen oder immerhin erfolge pizza oder nur bananen oder kartoffeln ist geil es macht immer mehr spaß nicht zu spielen ehrlich wir sollten das spiel geht schon gegen gegen 0 8 12 geteilt ich habe ich habe einfach koppelstein gleich live ich konnte mir die blattrüstung machen was sind die zehn minuten denn vorbei mensch die zehn minuten sind rum in den minuten ach guck doch wann die aufnahme gestartet ist sie sind jetzt gleich zu ende kann mein handy ja ich glaube ja nein alter hätte ich noch goldäpfel oder sowas bekommen ich habe mal wieder kartoffeln gekriegt möchte einer kartoffeln welcher penner von euch hat da oben kartoffeln gelassen immer kriege ich kartoffeln in diesem scheiß spiel die rohren hitten ja dein gesicht vielleicht ich glaube die zehn minuten sind meiner meinung nach irgendwie um ich habe noch vorrede gehabt wir haben noch die grüßung warte 1 2 3 ah mist also habt ihr eigentlich schon alle early boy abonniere 6 5 4 3 2 1 nein 8 7 6 ja ist vorbei unten jeder in eine ecke und spawn point setzen schon in der ecke ey dann gehe ich hier in die ecke so mein jeder hat drei leben nein also ich habe 20 weil ich nur scheiße habe ist nur fair und dann würde ich sagen auf geht's oder seid ihr bereit dann würde ich sagen 1 2 1 go ich bin nicht da ich bin einfach nicht da 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 oh fuck irgendwer kann fliegen das habe ich schon gesehen der boy geht weg ALTER was war das denn hä hallo early early warte auf mich wir sind doch freunde kennst du die noch ey du arschgeige zählt das ja natürlich zählt das bitte jetzt raus weil er mit dem bogen ja wie lol was war das das war mein gas wow zwei leben er hat noch mehr so gas er hat noch mehr so gas max hat noch mehr so gas was für gas gas das gas was ist denn das das ist mein gas du sollst nicht deinen arsch benutzen um zu töten na mal auf damit ok jetzt habe ich noch ein leben lass mich mal ja ich habe auch nur noch ein leben und er ist early ja der versteckt sich weil er nicht letzter werden will nicht also fuck you fack auf verpiss dich Machen wir drei gegen ein ALTER BALUEEE 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 hat mich rausgekickt Ich bin nicht letzter, lelele. Ja, versucht mich mal zu töten. Ja, bleib mal stehen. Nee, man kann dich nicht töten. Kannst du, hast du fliegen? Hui. Ja, Alter. Geh mal weg, ich will Early Boy noch töten, damit ich nicht letzter bin. Oh, meine Bomben sind leer. Warte. Leer! Was seid ihr? Alter. Hab ich gerade meine gleichzeitig rausgehauen. Nein, du hast mir die rausgehauen, ich bin nicht gesprungen. Ah, cool. Nee, nee, nee. Wo haben meine Bomben? Äh, 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 siehst du meine Aufnahme? Guck meine Aufnahme, ich bin jetzt nicht gesprungen. Ja, aber nachdem ich meine Bomben getroffen habe. Hier, fang meine Bomben. Die hab ich überhaupt nicht getroffen. Leck mich. Ihr habt gewonnen. Fertig. Max zählt eh nix, der kann nix. Und ich hab Early... Basti rausgehauen, Early. Warum kann ich dich denn nicht töten? Da ist unsterblich mit der Rüstung. Der hat mal scheiß viel Glück gehabt, Mann. Ja. Ja, übel. Ich hab die jetzt sogar zweimal, die Rüstung. Ja, lustig. Interessiert wen? Kannst du... Hier, wo ist der Bus? Wo ist der Bus mit den Leuten, die das interessieren? Naja, Leute. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Moment, ich hab noch ein Leben. Hallo. Achso. Achso. Ich hab noch ein Leben. Du hast mich nicht getötet, Balloui. Guck meine Aufnahme. Alter, ich hab dich mit Bomben zugeworfen. Ja, einmal hast du mich getötet, beim zweiten Mal hast du mich nicht getroffen. Und wenn ich den wieder Bomben verletzt habe. Ich guck das in deinem Video nach. Ich schwör, Alter. Dann... Guck nach. Dann darf er nochmal... Dann darf ich nicht verletzt. Die Hütte bitte. Early. Dankeschön. Early, du hast eh keine Chance. Mörder! Soll ich ihm noch die Rüstung geben? Komm her, Bitch, jetzt hier! Ja, wo bist du denn? Wir haben einen halben Meter hier. Komm, ich benutze jetzt sogar nur die Faust, okay? Was für ein Kindergarten hier? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, komm! Da ist er doch! Du warst so vor ihm. Komm. Aua! Geh ab! So schrecklich. Mach ich ihm Schaden? Mach ich dir Schaden? Nein, kein Stück. Ich benutze. Was? Wer war das? Was? Du Arschloch, Basti! Ich glaube, er hat Gas benutzt. Du Arschloch! Hey! Hättet ihr mitgespielt? Ich wollte gerade sagen, Early, hast du dieses Schwert mit den krassen Effekten? Und die hat dann direkt... Oh! Mein Mann war es am Anfang nicht gerafft. Oh Mann! Ich treffe wohl auch hier ab, Jessi! Ja, ich gebe ich den Schlag. Macht's gut! Bis dahin und tschüss! Denkt dran! Abonniert die anderen! Tschau! Tschau! Tschau!